Deadzone am Mikrofon mit der ersten Spire Challenge und zwar müsst ihr dafür auf einem Outpost landen, weil ihr dort eine Message abspielen sollt. Und ihr seht schon, hier ist so ein Hologramm, sag ich mal, da einfach hingehen, interagieren und schon geht das ganze Ding ab hier. Und das sagt gleich irgendwas so wie John Sanchez oder so und ihr habt die Challenge auf jeden Fall damit schon geschafft. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen, vielleicht habt ihr es auch schon geschafft. Auf jeden Fall hatte ich gleich noch die andere Challenge. Wir sehen uns, haut rein Leute, lasst ein Like und ein Abo da.